Stempelstelle Seeweckenwarte. Eigentlich heißt die Seeweckenbergwarte. Steht zumindest in dem Heft so drin. Bogen- und Schlösserstempel, wieder ohne Nummer, also bloß für das Bogen- und Schlösserheft. Die Wanderkaiser brauchen die nicht. Stempel ist da und die Warte ist da oben. Kann man von der Stempelstelle gar nicht richtig sehen. Uiuiui, wo ist die Warte? Da ist die Warte. Dann gehe ich jetzt mal rauf. Da gibt es ein extra Video. Kann man sehen. Da sind Leute oben. Cool.